Wohnen Sie hier in der Gegend? Nein, nein, wieso? Wo wollen Sie denn hin? Ich fahre in Richtung Norden. Tut mir leid, ich hab's eilig. Es dauert nur eine Minute. Ich muss los, ich bin verabredet. Tut mir leid. Du musst nur den Wacken. Notrufzentrallinie kann ich Ihnen helfen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich weiß, dass du hier bist. Oder hast du etwa Schiss? Lassen Sie mich gehen. Denkst du wirklich, du wärst die Erste, die das sagt? Hilfe! Lassen Sie mich raus! Ich erkenne Furcht, wenn ich sie sehe. Sie steckt in den Augen. Die Menschen denken alle, dass sie ihre Angst verstecken können. Aber nicht vor mir! Beweise mir, dass ich falsch liege! Erste verlaufen... Ich steckte den pouvait. Ich steckte den Weg ein. Bay600-Nein. Ich steckte dich auf die Erde in unseren Wacken. Ich steckte dich in den Weg.